Hallo und herzlich willkommen zu den niegelnagelneuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Tele-Stammtisch. Wir beginnen mit dem Film Get Lucky. Das ist ein Film von Jugendlichen, die sich selbst erkunden und vor allem ihre Sexualität. Auch untereinander passiert das eine oder andere und das ist ein Film, der kam bereits in der letzten Woche in die deutschen Kinos. Wir haben hier mit etwas Verspätung von der Agentur noch einen Zugang zu einem Pressescreener bekommen und wir haben für euch ein Doppel aufgenommen. Wir sind in dem Fall Michael und ich. Wir beiden haben uns diesem Film gewidmet und ich sag mal so, das Thema Fremdscham spielt hier auf jeden Fall eine riesengroße Rolle. Im Anschluss gibt es dann noch einen Doppel zum Film In the Shadow of the Moon. Den habe ich zusammen mit dem lieben Stu besprochen. Ist ein aktueller Film auf Netflix, der ihm empfohlen wurde und da haben wir uns ihn gemeinsam einfach mal reingeknallt in den Schädel und dann auch besprochen, ob der in irgendeiner Form der Rede wert ist, ob ihr euch den mal geben könnt oder eben auch nicht. Erfahrt in unserer Besprechung. Und zu guter Letzt gibt es dann noch einen, wenn man so will, Doppel, aber ein Spezial-Doppel zum Film The Hero. Und The Hero ist eigentlich ein russischer Film. Der hat bestimmt auch einen russischen Namen, den ich nicht im Ansatz aussprechen oder lesen kann. Hier war es so, dass wir glücklicherweise eingeladen worden sind zu einer Premiere in München. Die haben der liebe Andi und die Eva aus München eben wahrgenommen. Und spannenderweise gab es ja ein Terminproblem. Das heißt also, die beiden haben den Film zwar gesehen, aber komplett auf Russisch ohne Untertitel und sie sprechen beide kein Wort Russisch. Das heißt also, sie könnten hier vor allem ihre, sag ich mal, Eindrücke aus dem Film eben besprechen und das, was sie so insgesamt wahrgenommen haben, ohne jetzt großartig was zur Handlung sagen zu können, die sie sich letztlich eben aus den eigentlichen Bildern zusammenreiben mussten. Glücklicherweise konnten sie im Anschluss noch ein Interview führen mit dem Hauptdarsteller, war es glaube ich. Da gab es dann noch jemanden, der hat das eben dann synchron gedolmetscht oder eben übersetzt. Das sagt man ja, Synchronübersetzer, Dolmetscher, wisst ihr Bescheid, ne? Das war noch ganz cool und insofern könnt ihr euch hier eben auch auf diese Besprechung von The Hero freuen, der ebenfalls genau wie alle anderen Filme in dieser Ausgabe bereits erschienen ist. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen drei Filmbesprechungen und freue mich auf euer Feedback auf Facebook, auf Twitter und auf Instagram sowie beim YouTube Upload könnt ihr dieses Feedback hinterlassen. Ich freue mich drauf, wenn ihr uns in irgendeiner Form bewertet, also insbesondere bei Apple Podcast, bei Google, bei FIT, bei Podcast.de und bei vielen weiteren Seiten und der Plattform kann man das tun. Das täte dem Tele-Stammtisch sehr gut und ich danke euch bereits vorab. Nun also viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Films Get Lucky. Sex verändert alles. Ein Film, der bereits seit dem 26. September 2019 in den deutschen Kinos läuft, wohl ab zwölf Jahren freigegeben ist, aber ich glaube, es gibt da verschiedene Versionen von. Ich bin mir nicht ganz sicher. Er hat eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde und 30 Minuten und läuft offiziell unter Comedy. Der Untertitel ist, wie gesagt, Sex verändert alles und ich weiß nicht genau, ob derjenige, mit dem ich diesen Film heute besprechen möchte, das so bestätigen kann. Wir werden das rauskriegen. Einen wunderschönen guten Tag, Michael. Guten Tag. Ich kann das auf keinen Fall so bestätigen. Nach dem Sex, wie vor dem Sex oder was? Ne, was ich vor allem nicht bestätigen kann, ist, dass der Film unter Comedy geführt wird. Ja, ne, so richtig lustig war das im seltensten Fall. Ne, gar nicht, tatsächlich. Also, auch nicht mal, weil er, also nicht mal, weil keine Gags zünden. Es gibt irgendwie auch keine. So, das war jetzt nicht so die klassische, haha, wir beschmeißen uns gegenseitig mit lustigen Gags-Komödie. Das war irgendwie, was das angeht, ein ganz komischer Tonfall, was der Film hat. Also, wäre ich jetzt irgendwas zwischen zwölf und, sagen wir mal, 16 Jahren alt, dann hätte ich mich gar nicht weggebastelt, hätte ich den mit irgendwelchen Freunden zusammen gesehen. Aber warum das so ist und warum wir vielleicht auch einfach nicht die Zielgruppe sind und warum man das Ganze trotzdem nochmal mit ein bisschen Distanz vielleicht sehen muss, ich hoffe, dass wir das gleich klären können. Aber vielleicht tust du uns erstmal den Gefallen und fest diese doch sehr komplexe Geschichte mal kurz für uns zusammen. Ja, aber selbstverständlich. Die komplexe Story ist die folgende. Es ist eine Gruppe von fünf, glaube ich, fünf Teenagern, die den Sommer auf einer Insel in der Ostsee verbringen bei der Tante, glaube ich, von einem der fünf, gespielt von Palina Roszynski, die zu allem Elend auch noch Sex-Therrapeutin, glaube ich, ist oder Sex-Beraterin, irgend sowas in der Richtung. Und ja, diese fünf Teenager haben quasi nur den einen Gedanken, dass sie quasi auf dieser Insel ihre aufkeimende Sexualität weiter erforschen möchten, auf die eine oder andere Weise. Ja, und das ist, also Sex ist das große Thema des Films. Und das ist leider aber sicher auch exakt, also wirklich exakt das einzige Thema. Es gibt keine, ich habe darauf geachtet, es gibt keine einzelne Szene im gesamten Film, also wirklich keine, nicht mal die, die so, egal, es gibt wirklich keine einzige Szene, die sich nicht in irgendeiner Form um eben Sex dreht. Also wirklich. Und sei es nur irgendwelche Witze, sei es, dass man darüber spricht, dass die viel zu junge Tochter ihren Vater beim Sex erwischt hat oder die Sex-Therapeutin, die schlaue Sachen sagen muss, weil sie halt natürlich eben Sex-Therapeutin ist. Also wirklich ausnahmslos. Jede Szene in diesem Film dreht sich um Sex und das ist schon auch ein bisschen penetrant, finde ich. Es ist super penetrant. Also man muss dazu sagen, also ich persönlich bin jetzt 20 Jahre weg von der Zielgruppe oder beziehungsweise vom Alter dieser Teenies, die da abgebildet werden, aber ich meine mich zu erinnern, dass in meiner Jugend wir nicht so oft das Thema Sex hatten. Also ich habe mit meinen Kumpels auch über andere Sachen gesprochen. Ja. Insofern, es ist also wirklich, wirklich penetrant, dieses dauernde Gelaber über Geschlechtsteile, über, über, über Sex, über wen, mit wem man es tun würde und mit wem nicht und warum nicht und puh, also es ist echt, es ist ermüdend. Das ist wirklich ermüdend, das Thema. Von manch einer sagen wir mal pubertären Aktionen, wie sowas wie Weitwichsen oder sowas, was wir auch nicht gemacht haben, finde ich aber, und das muss man dem Film zugutehalten, er ist insgesamt jetzt nicht irgendwie, finde ich, krass niveaulos. Klar, er hat schon ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes eine Menge Witze unter der Gürtellinie, aber im Endeffekt finde ich, wird hier auch mit, sagen wir mal, eher so rhetorisch niederem Wortschatz eher nicht so gearbeitet. Klar, da fällt mal Schwanz und Eier und dann werden da auch mal ein paar Worte gesammelt und so, aber letztlich finde ich, dass das insgesamt nicht niveaulos ist. Nee, das geht schon. Also da gibt es ganz andere Filme, die da noch deutlich drunter sind, aber man muss eben mit so Sachen wie die Jungs gehen am Strand und machen hier Gruppenwichsen und sowas. Damit muss man umgehen können in so einem Film. Insofern, naja, niveaulos ist ein weiter Begriff. Ja, aber ich fand es halt auch, also es wird ja in den Pressetexten zu dem Film wird ja ganz gerne mal drüber gesprochen, dass es auch einen gewissen Aufklärungsauftrag erfüllt und so weiter und so fort. Das tut es teilweise. Also es gibt so ein paar Szenen, wo sie dann tatsächlich, wo der unerfahrene Teenager vielleicht noch ein bisschen was lernen kann. Aber das ist teilweise sehr mit dem Holzhammer reingeprügelt. Also zum Beispiel hier, hier die Tante, Tante schließt mich tot, ich weiß nicht, wie sie heißt. Gespielt von Palina Roszynski, die auch nicht geil spielt, leider. Also es ist vielleicht eine sympathische Frau als Moderatorin und alles, aber sie ist eben keine gute Schauspielerin, fand ich jedenfalls. Also sie wirkt sehr, sehr hölzern in dem Film. Und sie hat manchmal also in ihrer Funktion als Sexualberaterin auf einmal so Anfälle, wo sie auf einmal den Erklärbären gibt. So von jetzt auf gleich schaltet sie von, ich bin hier die coole junge Tante hin zu, jetzt erkläre ich euch mal hier, wie die sexuelle Welt funktioniert. Und das wirkt immer unheimlich aufgesetzt und ja, wie gesagt, so ein bisschen mit dem Holzhammer reingeprügelt. So Achtung, jetzt Bildungsauftrag. Sie hätten es auch einblenden können unten so. Ja, das kann ich nachvollziehen. Im gleichen Atemzug muss man vielleicht auch mal erwähnen, dass wenn man sich den Wikipedia-Artikel zum Film durchliest, da was steht von, dass der Film wohl auch geeignet wäre, um damit quasi Sexualunterricht zu machen oder zumindest daran aufzuziehen. Ich denke, dass das weniger an der Handlung liegt oder an der Konkretisierung einzelner Vorgänge als vielmehr an dem absurden Sammelsurium an Begriffen, die einfach genutzt werden. Es wird ja letztlich einfach alles mal irgendwie in irgendeinem Zusammenhang erwähnt und daran könnte man sich vielleicht abarbeiten. Aber ich bin mir nicht im Klaren, ob dieser, das ist ja schon kein Respekt mehr vom Thema Sex, ist ja gleichzeitig schon auch wie eine Angst, die hier die Protagonisten vor diesem Thema haben und eben auch kombiniert mit einer Unerfahrenheit, wie das vielleicht auch bei vielen jungen Leuten so ist, ob das so mega geeignet ist. Also ich kann gerade jetzt deine Punkte zu diesem Holzhammer schon auf jeden Fall voll nachvollziehen. Muss aber sagen, es gibt da noch andere Punkte, die ich auch irgendwie zumindest merkwürdig fand. Also okay, in meiner Generation war es jetzt zumindest im Regelfall in dieser Art nicht üblich Sexualpraktiken oder generell, insbesondere jetzt zum Beispiel das Wichsen oder eben auch sowas wie die Regelblutung der Frau oder so, dass man das im Freundeskreis so offen thematisiert. Also man hat da schon derbe Jokes gemacht und alle wussten Bescheid und zwar auch immer unter der Gürtellinie. Aber gerade so zwischen Jungs und Mädels war das bei uns eben nicht so, dass wir bei so Flaschendrehen in dieser Form so, oder im Lagerfeuer ist es ja glaube ich viel eher, so offen und direkt auch waren. Da war bei uns eher noch eine deutliche Scheu, ein Scham einfach, eine Angst. Das fand ich jetzt zumindest irritierend, das in dem Film anders zu sehen. Ja, das stimmt. Also vielleicht ist es Generationending jetzt, vielleicht sind die Teenies mittlerweile so drauf, das mag alles sein. Aber es ist halt schon sehr auffällig, wie, wie, also wie dominierend dieses eine Thema immer ist, dass die sich über gar nichts anderes mehr unterhalten und so. Und ja, ich finde es auch teilweise, also du hast es gerade gemeint, man könnte den Film, also man, es wird behauptet, man könnte den Film als Sexualkunde und Unterrichtsmaterial benutzen. Ich hoffe wirklich das nicht. Ich hoffe, weil, also abgesehen von dem, von der ganzen Sexualthematik, vermittelt die teilweise auch ein paar ganz seltsame Werte, so angefangen von, es wird quasi immer gleich der erste weggevögelt, den man so, den man so kennenlernt, ja, so ganz, ganz ohne, dass man sich überhaupt kennenlernt, sondern direkt hier, wird direkt weggeknattert, ne, okay, es ist ein Film, man hat jetzt nicht ewig Zeit hier bei, bei fünf Leuten hier das große Kennenlernenspielchen zu zeigen, ja. Aber das war schon ein bisschen seltsam, dann sowas wie, also, ich habe leider die Namen von den Figuren alle nicht mehr im Kopf, also ich habe sie mir auch im Film nicht gemerkt. Die werden ganz am Anfang kurz eingeführt. Völlig irrelevant. Danach hatte ich nur noch ihre Stereotypen im Kopf, so. Es gibt so den Hauptprotagonisten, den habe ich irgendwann nur noch den Pornopenner genannt im Kopf, weil der sich halt irgendwie selbst für den geilsten Stecher aller Zeiten hält. Und, und, und. Mats heißt der ja, Mats. Mats, ja, von mir aus. Ich nenne ihn weiter den Pornopenner, der sich selbst auch Pornonamen gibt und so weiter und so fort. Und den man auch in der aller, allerersten Szene des Films gleich sieht, wie er sich in der Zug oder im Flugzeug oder sonst wo im Toilette einen runterholt. Und es gibt gleich mal schön den Ton an für den Film, so. Gleich mal in der ersten Szene einen beim Wichsen sieht. Super. Und, ähm, worauf wollte ich hinaus? Genau, er gibt seinem Kumpel, bei dem es in der Beziehung so ein bisschen kriselt, ähm, Beziehungstipps. Und kommt dann mit solchen, solchen fiesen Pick-up-Artist-Techniken an, von wegen so, behandeln sie wie eine Schlampe und du musst sie brechen und sowas. Wo ich denke so, wow, ernsthaft? Ha, ha, ähm, interessante Auffassung. Das ist natürlich jetzt so seine, als der große Macker. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt eine gezielte Aussage der Produzenten sein soll. Ja, das ist nicht die Aussage des Films, aber das ist halt in dem Fall erstmal seine Meinung und er ist halt der Hauptcharakter des Films und es ist jetzt auch kein großer Spoiler, dass sich er, der sich als der große Stecher sieht, sich, dass es vielleicht damit nicht ganz, nicht so sehr mit der Wahrheit ist, wie man das vielleicht gerne hätte, ne? Wäre jetzt kein großer Spoiler, aber naja. Ähm, oder auch sein, sein Freund, dem er diese Tipps gibt, der in einer festen Beziehung ist als einziger in dieser Truppe, ähm, der sobald seine Freundin auch nur einen Blick auf einen anderen jungen Mann wirft, sofort das große Eifersuchtsdrama auspackt und so richtig fett die Eifersuchtskeule rausholt. Und man fragt sich in dem Moment so, wow, echt jetzt, was hat sie denn getan? Ja, komm mal wieder runter. Und auch direkt dann anfängt andere Frauen anzubaggern währenddessen, so als Rache quasi. Und ich denke immer so, das sind ganz eklige, eklige Moralvorstellungen, die die da teilweise haben. Insofern finde ich den Film, was das angeht, auch jetzt wirklich kein gutes Material für Leute in dem Alter zu gucken, weil ich denke, Leute, wenn ihr so mit euren Freunden umgeht, dann eine gute Nacht. Ähm, oder auch das, ja. Das kann ich natürlich gut nachvollziehen. Das ist so eine Wahrnehmung, die man haben kann. Andererseits dient es vielleicht auch dem Einstieg in das Thema. Denn das sind ja letztlich einfach nur Figuren, die sind ja absichtlich so geschrieben. Für diese, sag ich mal, vier, fünf Freunde ist das ein Riesenthema. Die drehen sich nur noch darum und die haben eben auch ein bisschen Angst. Und da gibt es unterschiedliche Charaktere, die vielleicht auch in irgendwelche Schubladen passen müssen, um eine gewisse Facette und Facettenreichtum im Film auch zu präsentieren. Also natürlich ist das blöd von dem, dass der so tickt und wie der tickt. Aber der soll ja auch genau so ticken. Kann man dem Film das jetzt vorwerfen, weißt du? Ja, das mag sein. Also ob das jetzt Absicht war oder nicht. Also jedenfalls sind die Figuren sehr, es sind so Abziehbilder von verschiedenen, sag ich mal, sexuellen Charakteren. Ja, so, die an die Sache unterschiedlich rangehen und so. Aber wie gesagt, die Vorstellungen, die da teilweise vermittelt werden, sind so ein bisschen sehr seltsam. Ich würde noch sagen, ob noch was zum Handwerk von dem Film noch loswerden wollen. Ich fand den auch jetzt, was die ganze Machart angeht, nicht besonders geil. Also das Drehbuch ist nicht gut. Also ich hätte die ganze Zeit gedacht, das Drehbuch hätte auch jemand in dem Alter geschrieben, wie so ein 16-Jähriger oder so. Es wirkt so ein bisschen wie so eine Fanfiction. So wie sich jemand sein großes romantisches Abenteuer auf einer Insel vorstellt oder so. So wirkt das so ein bisschen von der Story her. Ja, die Schauspieler fand ich jetzt alle auch eher so mittel. Wie gesagt, Palina Roszynski fand ich nicht gut. Das mag eine sympathische Frau sein, aber nicht als Schauspielerin. Das fand ich keine gute Performance abgeliefert. Und eine Sache, die mich noch ganz ratlos zurückgelassen hat, war, dass der Hauptdarsteller, der Mats, dass der ungefähr drei, vier, fünf Mal im Film auf einmal aus dem Off zum Zuschauer spricht. Also sie haben eben noch so einen Offsprechertext verpasst. Wo man ja dann denken könnte, dass der quasi, dass der innere Monolog, den der führt, so ein bisschen dem entgegen geht, wie es sich nach außen gibt. Aber das tut er nicht. Der spricht in seinem Kopf genau den gleichen, ich bin der geilste Stecher-Kram, wie das, was er nach außen so erzählt. Und außerdem macht er das auch irgendwie nur drei, vier, fünf Mal im Film. Also es ist nicht so, als ob der die ganze Zeit über seine Handlung im Kopf kommentiert für den Zuschauer, sondern das passiert immer, das passiert so selten im Film, dass man sich irgendwann, dass ich dann immer wieder so gedacht habe, so, ach stimmt ja, der spricht ja zum Publikum, ja. Und dann ist auch wieder ganz lang still. Das war eine ganz, also ich frage mich, warum, was diese Entscheidung sollte. Warum, warum sich die Regisseurin in dem Fall, warum die sich entschlossen hat, diese, diesen Hand, diesen Kniff da noch mit einzubauen, weil er irgendwie nichts beiträgt zum Film. Ja, das ist ein interessanter Punkt, ist mir so in der Form auch gar nicht aufgefallen. Und ich denke einfach auch, wir sollten sie jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir haben jetzt hier auch schon circa 14 Minuten der Besprechung. Vielleicht magst du im gleichen Atemzug einfach auch mal kurz dein Fazit ziehen mit dieser bekannten Punktevergabe und eben vielleicht auch, wie auch immer die aussehen mag, eine Empfehlung für eine Zielgruppe abgeben. Also die Zielgruppe ist niemand über 16, würde ich sagen. Das ist für etwas reifere, sage ich jetzt mal Zuschauer, einfach nichts, der Film. Ja, als Fazit würde ich sagen, ich fand, er ist sehr, sehr unterdurchschnittlich. Er kann dem Film auf gar keinen Fall jemanden empfehlen. Für Teenies ist er vielleicht ganz, ganz nett, vielleicht auch, weil es eine Thematik anspricht, die die Leute, die Menschen in diesem Alter sowieso umtreibt. Ja, aber für alles über diese, für alles über diese, dieser Zielgruppe würde ich sagen, spart euch, spart recht den Film. Insofern vergebe ich auch leider nur einen von fünf notgeilen Teenies. Einen von fünf notgeilen Teenies, prima. Vielen Dank. Mein Fazit ist grundsätzlich ähnlich. Ich denke, dass das auf gar keinen Fall ein Film ist für Leute, die mit Fremdscham nichts anfangen können. Also es war teilweise schon sehr unangenehm, sich das anzuschauen, auch wenn es natürlich nur gespielt ist. Und das waren alles gezielte, ich sag mal absichtliche Emotionen, die da erzeugt werden sollten, vermute ich mal. Denn schon der Trailer macht ziemlich klar, wovon der Film handelt, wie der so tickt. Und ganz ehrlich, das ist immer so ein Ding bei so Kritiken, da tue ich mich selbst auch sehr schwer. Die Figuren sind ja nicht ohne Grund so geschrieben, wie sie geschrieben sind. Und wenn der Trailer auch keinen anderen Eindruck vermittelt, warum sollte ich dem Film jetzt also vorwerfen, dass er genauso ist, wie ich ihn erwartet habe? Vielleicht noch eine Spur schlimmer. Das finde ich, kann man dem Film da nicht vorwerfen. Da gibt es eher andere Dinge, die insgesamt hier eine schlechte Wertung begründen. Das ist zum einen so, dass ich finde, dass wir hier eigentlich nur austauschbare Stereotypen haben. Keine der Figuren hat in irgendeiner Form irgendwas, was bei mir hängen bleiben wird. Die sind alle absolut irrelevant. Wirklich von der Sexualpraktik, also hier Therapeutin, bis hin zu der Rolle, die zum Beispiel auch Benno Führmann spielt. Der ist ja der Vater von einem der Kids und das ist einfach alles absolut irrelevant und austauschbar. Das will ich hier an der Stelle nochmal betonen. Und aber auch, was mir aufgefallen ist, es gibt da einfach auch Schnitt- und Pacing-Probleme in dem Film. Bestes Beispiel sind Pärchen, die quasi gleichzeitig zueinander finden. Das ist so im letzten Drittel des Films. Da gibt es so, glaube ich, drei Pärchen, die gleichzeitig in unterschiedlichen Szenen zueinander finden. Du siehst quasi, wie die zueinander gehen. Und währenddessen wir von zwei Pärchen die Kennenlernszene, wenn man so will, den Akt oder zumindest den vermeintlichen Akt und auch das eventuell wieder Auseinandergehen sehen, haben wir noch das dritte Pärchen, das sich zum gleichen Zeitpunkt wie alle anderen auch erstmalig quasi richtig näher kommt. Und die Auflösung, was mit denen passiert, wird dann quasi noch so hinten dran geklatscht. Das wirkt absolut unrund. Mag sein, dass man so vielleicht insgesamt noch positiven Abschluss finden wollte, um so, wenn man so will, dem einzigen glücklichen Pärchen in diesem Film da so ein, um das als quasi finalen Punkt zu nutzen. Aber insgesamt wirkt das total unrund und finde ich einfach auch echt nicht gut. Insofern muss man sagen, dass der Film da auch zu hapern hat. Die Regisseurin ist Ziska Riemann. Die kennen wir unter anderem vom Film Electric Girl, den wir hier auch zuletzt besprochen haben. Ansonsten hat die noch nicht so wahnsinnig viel gemacht. Es gab wohl noch irgendwie einen Fernsehfilm und eine Dokumentation und irgendwie noch Screenplay, keine Ahnung. Das ist ja glaube ich nur Drehbuch. Also so insgesamt... Ach nee, nicht mal, da war sie nur am Drehbuch beteiligt. Also insgesamt hat die gute Frau noch nicht so viel gemacht. Noch Lollipop-Monster, kein Plan. Das ist also offensichtlich noch so ein bisschen was, wo sie noch arbeiten und, ja sag ich mal, üben muss, um es mal direkt zu formulieren. Wie gesagt, Schauspieler, wenn das Drehbuch nichts hergibt, was willst du da als Schauspieler, auch als talentierter Jung-Schauspieler großartig draus machen? Die sind alle jung, die sind alle hip, die sind alle urban, die sind total geil aufeinander und genau das ist es auch, was die Figuren uns letztlich sagen sollen. Insofern komme ich bei, naja, sagen wir mal doch irgendwie zwei von fünf Punkten raus, weil ich wertschätzen möchte, dass die Figuren und dieses Thema Sex und dieser Fremdscharm und dieses Unangenehme, das ich verspürt habe beim Schauen, weil ich glaube, dass das in einem gewissen Sinne Absicht gewesen ist. Aber insgesamt kommen wir da auf gar keinen Fall an mehr Punkte ran. Das jetzt zu meinem ausgedehnten Fazit und ganz, 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 ganz zum Schluss will ich natürlich dir nochmal die Gelegenheit geben, dich mal kurz zu präsentieren, denn mir ist immer auch wichtig, dass die Kollegen hier aus der Redaktion des Tele-Stammtisch mal noch so erzählen können, was sie nebenbei eigentlich noch die ganze Zeit machen. Wir beiden Hübschen haben uns ja kennengelernt in Stuttgart, glaube ich, im vorletzten Jahr. Dies Jahr haben wir uns nur so kurz von Weitem zugewunken. Wie sieht es denn eigentlich so aus? Was gibt es denn aktuelles bei dir, sowohl im Podcast, wie ich ja weiß, und eben auch auf Comics-Seite? Ah, also auf Podcast, den gibt es seit letztem, also seit November letzten Jahres habe ich meinen eigenen Film-Podcast, heißt Sachblos. Den gibt es auf, ja, überall, also Spotify, iTunes, auf YouTube habe ich eine Version, wo ich das Ganze noch so ein bisschen bebildere und ja, da spreche ich mit wechselnden Interviewpartnern oder auch mal alleine über Filmthemen aller Art, über bestimmte Franchises, über Sachen, die gerade im Kino laufen, so wie hier im Tele-Stammtisch auch. Ja, das gibt es seit letztem Jahr, da war ich auch froh und dankbar über jedes neue Abo und jeden neuen Zuhörer, der dazu kommt. Und auf Comics-Seite, ja, es schläft ein bisschen momentan, das ist aber der Tatsache geschuldet, dass ich halt auch ein kleines Söhnchen habe, der so ein bisschen sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und am Ende des Tages einfach groggy ist. Aber ja, ich habe einen Webcomic, den gibt es auch schon seit 2011, nennt sich Sachen Gibt's, gibt es auf www.sachen-gibt's.net, wo ich, ja, so kleine Slice-of-Life-Cartoons mache, also quasi so, was mir so passiert, was mir so durch den Kopf geht, plus ein bisschen Quatsch. Ja, das kommt in schöner Unregelmäßigkeit, wie gesagt, momentan schläft es ein bisschen, aber ich gebe mir Mühe, das wieder ein bisschen aufleben zu lassen und so, das sind so meine zwei Großprojekte. Ansonsten bin ich Zeichner und Illustrator, gerne auch buchbar, wer da Bedarf hat, darf sich gerne bei mir melden und ja, so ein paar Sachen, die ich schon gemacht habe, gibt's bei www.michael-roos.net zu bestaunen. So, das waren so die drei Eckdaten. Ja, cool, macht das mal unbedingt, schaut da mal rein, es gibt auch eine ganze Menge Sachen von dir zu erwerben, also insbesondere die Comics gibt's ja auch in teilweise gedruckter Form, die hab ich hier irgendwo auch noch in meinem Schrank rumliegen, jetzt Schande auf mein Haupt, ich hab da noch, also ich hab sie noch nicht gelesen, ich hab nur einen Blick reingeworfen. Was? Aber es kommt alles noch, ich schwör, ey, ich schwör, lesen werde ich die alle. Ich schwör. Na gut, ihr seid verziehen. Ja, danke, 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 das beruhigt mein Gewissen. Ungemein. Michael, vielen, vielen Dank für deine Zeit und ich freu mich schon auf unsere nächste Besprechung. Ja, jederzeit gerne. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung des Netflix-Films In the Shadow of the Moon und ich kann mich noch dran erinnern, wie Netflix auch gleichzeitig nicht nur ein, ja letztlich eben eine Aussage darüber war, wo der Film läuft oder die Serie läuft, sondern gleichzeitig noch ein Qualitätsmerkmal irgendwie mitgeschwungen ist. Was das bei In the Shadow of the Moon, der wohl seit dem 27. September auf dem Portal von Netflix abrufbar ist, zu bedeuten hat, werden wir rausbekommen im Gespräch mit dem Stu Moinsen. Hallöchen. Das ist ein Film, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und hab mir dann den Trailer angeguckt und hab da wahrscheinlich auch was ganz anderes erwartet, als das, was ich bekommen hab. Wie bist du denn bitte auf den gestoßen? Relativ einfach. Ich bin am 27. September auf Netflix gegangen und wollte mir irgendwas anderes angucken und dann sagte mir Netflix, guck mal, dieser Film ist online und dann fiel mir ein, ach stimmt, da hab ich mir doch vor drei, vier Wochen mal einen Trailer dazu angesehen und dieser Jim Mickle, der Regisseur, der hat vorher unter anderem Cold in July gemacht, den ich sehr gut fand und dann dachte ich mir, gut, dann guck ich mir jetzt diesen Film an. Und so bin ich auf In the Shadow of the Moon gekommen. Ich hab den Trailer auch gesehen, den du angesprochen hast und man sieht im Trailer eine Menge Tote und vor allem sieht man, dass da hinten im Nacken Leute so Stichwunden haben. Und das erste, was ich mir im Zusammenhang mit dem Titel dachte, war, das ist doch bestimmt irgend so ein Vampir-Ding. Also es war wirklich, da hab ich sowas von mitgerechnet. Oder meinetwegen Werwölfe, aber eher noch so Vampire. Hat sie diese Erwartungshaltung auch? Ein bisschen schon, gerade weil der Jim Mickle, einer seiner ersten größten Filme war, war Vampire Nation. Und ich dachte, vielleicht macht er jetzt wieder einen auf Vampir. Aber dann hab ich schon im Vorfeld halt gehört, dass es was mit Zeitreise zu tun hat. Und das war das Letzte, was ich davon gehört habe. Und als ich mir den Film angeguckt habe, dachte ich mir so gefühlt alle 20 Minuten, was ist das eigentlich? Der Film hat eine Altersfreigabe ab 16 und eine Gesamtlaufzeit von einer Stunde 55. Ist offensichtlich, so viel haben wir schon mitbekommen, irgendwas mit Science-Fiction-Elementen. Und was da sonst noch so drinsteckt, das könntest du ja mal versuchen in deiner Kurzzusammenfassung rauszuhauen. Ja, der Film beginnt im Jahre 1988 und ein engagierter Polizist namens Thomas Lockhart, genannt Lock, geht mit seinem Partner Maddox auf Streife und dann kommen sie zu einem Mord, beziehungsweise zu einem Unfall. Es ist nämlich von dermaßen eine Busfahrerin, ein Pianist und ein Imbissbesitzer sind plötzlich tot zusammengesackt. Ihr Gehirn ist nur noch Mus und das ist alles sehr seltsam. Und das Einzige, was die Opfer gemeinsam haben, sind drei sehr signifikante Einstichstellen am Genick. Lock schafft es dann, die Täterin zu stellen in der U-Bahn, aber die wirft sich vor den Zug und ja, damit ist der Fall abgeschlossen. Und plötzlich, neun Jahre später, Lock ist mittlerweile Detective, sieht er diese Täterin wieder und es kommt wieder zu Mordfällen. Und ja, Lock will unbedingt herausfinden, was es damit auf sich hat und das ist im Groben die Geschichte zu In the Shadow of the Moon. Und man weiß eigentlich von Anfang an, dass das hier irgendwas mit Zeitsprüngen zu tun haben muss. Denn schon die allererste Szene, da, ich glaube, die spielt im Jahre 2022, 2023, keine Ahnung, da sieht man so eine ganz langsame Kamerafahrt durch ein Großraumbüro, irgendwo in einem wahrscheinlich Volkenkratzer, wahrscheinlich irgendwo in New York, könnte ich mir vorstellen. Wird vielleicht sogar eingeblendet, weiß ich nicht, ist völlig egal. Auf jeden Fall ist da scheinbar unten oder im gegenüberliegenden Gebäude eine große Explosion gewesen. Und was es damit auf sich hat und wer dabei vielleicht zu Schaden gekommen ist, das erfahren wir im Verlauf des Films auch. Und dann ohne großartige Kommentierung dieser Szene plötzlich Schnitt, Jahr 1988. Ja, ich muss, kennst du den Film Dark Angel mit Dolph Lundgren? Nein, den kenne ich nicht. Ich hatte so leichte Vibes von dem Film. Zur Erklärung, in Dark Angel geht es darum, dass ein außerirdischer Dealer umringt, um mit ihren Heroin Leute zu töten, weil Leute auf Heroin erzeugen ja Dopamin und das zappt er ab, um es dann weiter zu verkaufen in seiner Galaxie. Und es war ein total kruder Film, weil er einfach mal so Kopf-Thriller und Science-Fiction gemixt hat. Und diesen Vibe hatte ich jetzt auch bei In the Shadow of the Moon, denn der Regisseur und die Drehbuchautoren, denen schien es echt scheißegal zu sein, was die da machen. Die haben sich einfach gedacht, so, ach, machen wir mal einfach. Du meinst jetzt in Gesamtbetrachtung des Films, das kann ich... Genau, genau. Ja, ich finde es auch voll schwierig, mir zu dem Film eine große Meinung zu bilden. Muss ich schon auch sagen, ich mag ja generell alles, was so Richtung Science-Fiction geht. Wer da schon mal so im Ansatz einen Film mit beginnt, der hat bei mir schon auf jeden Fall einen Stein im Brett. Und so ein bisschen Zeitreise noch und vielleicht noch ein bisschen Action und da kann eigentlich schon nicht mehr viel schief gehen. Ich sehe vielleicht eher noch so ein bisschen Parallelen zu, ja, ich weiß nicht, Minority Report in einem gewissen Rahmen, wo man da ja auch versucht hat. Gerade wenn man am Ende die Erklärung noch sieht, aber wirklich nur im Ansatz vielleicht. Ja, aber der Film, der weiß ich nicht, also so richtig, so voll überzeugt war ich nicht. Es gab schon coole Action-Szenen. Es gab auch mal ein paar ganz nette Einstellungen und es gibt auch generell ein paar ganz tolle Ideen in dem Film. Ja, keine Ahnung, wir sehen zum Beispiel in so Let's würde ich sagen im letzten Drittel des Films, wobei, ja doch ungefähr, sehen wir eine Szene, wie man in einem, was ist denn das, kein Truck, so ein, ja so ein Transporter halt, wie der quasi einfach einen Berg runterrollt. Unsere zwei Protagonisten sind da gerade mit Kämpfen beschäftigt und um die rum fliegen tote Schweine. Also ich fand das irgendwie, das war, was hatte ich so in der Form auch noch nicht gesehen. Das fand ich ganz cool. Ja, das fand ich noch ganz cool. So die ein oder andere Style-Frage war schon ganz nett. Ist ja ein Film, der spielt vor allem Dunkeln. Und das finde ich ja auch schon mal ganz geil eigentlich, wenn Sachen im Dunkeln spielen. Auch wenn ich als jemand, der jetzt so den einen oder anderen analytischen Blick auf den Film hat, weiß, dass Dunkel eigentlich erstmal bedeutet, dass es billiger zu produzieren ist und man sich bei den Effekten ein bisschen zurückhalten kann und der Schnitt vielleicht auch einfacher ist. Ja, aber es hat jetzt, fand ich, den Film jetzt nicht gestört, dass der im Dunkeln oder so viel im Dunkeln spielt. Ich würde auch erwähnen wollen, dass er es gut schafft, so die 80er und 90er zu zeigen, ohne jetzt einen auf Nostalgie Bomber zu machen. Ja, also ich hatte schon immer das Gefühl, das, was in den 80ern spielt, das wirkte auch wie in den 80ern. Das, was in den 90ern spielt, wirkte auch wie in den 90ern. Das fand ich auch ganz gut umgesetzt. Mir hat tatsächlich der Protagonist auch ganz gut gefallen. Der Boyd Holbrook, heißt der Schausch? Holbrook. Holbrook, genau. Den kennt man schon. Also ich kannte das Gesicht jetzt unter anderem aus Logan, relativ aktuell. Und ich sehe auch gerade, der war wohl auch bei Predator Upgrade mit dabei. Und Narcos ebenfalls zu erwähnen. Okay. Ja, den fand ich ganz gut und der hat mir auch vor allem daran gefallen, dass er seine Figur ja eben in verschiedenen Jahrzehnten darstellen muss. Und ohne jetzt zu viel zu verraten, aber die Figur ist nicht nur optisch absolut unterschiedlich drauf, sondern eben auch, sage ich mal, einfach von der Charakter her, vom Status her, vielleicht auch von der Gesundheit, von der Psyche her irgendwie. Da gibt es eine ganz krasse Änderung, ganz krasse Wandlung. Der Typ muss ja eben einiges mitmachen im Laufe der Jahre. Und das finde ich sehr glaubhaft dargestellt. Das gefällt mir gut. Also der Protagonist, da gibt es auf jeden Fall von mir einen Daumen nach oben. Fand ich auch toll. Ich muss auch gestehen, ich bin so ein kleiner Michael C. Hall Fan. Den kennen die meisten, glaube ich, als Dexter oder aus Six Feet Under. Und der hat hier auch eine Rolle, ich würde sagen eine Nebenrolle, die dramaturgisch hier und da was zu bieten hat, aber im Grunde eigentlich für die Hauptgeschichte verzichtbar ist. Aber er ist dabei, das hat mich gefreut. Und ich möchte Bokeem Woodbine noch lobend erwähnen. Das ist Maddox, der Partner von diesem Lock. Die hatten eine sehr gute Chemie miteinander. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Mir fällt jetzt erst auf, dass der ja auch bei Spider-Man Homecoming dabei war. Und an die Szenen mit ihm kann ich mich auch noch ganz gut erinnern. Und schon krass, der kann ja wirklich, also der wirkt hier zeitweise gerade gennend des Films einfach recht alt. Der humpelt dann auch zum Beispiel und so. Und in Homecoming war das für mich einfach so ein cooler Dude, der mit Waffen rumballert und der auch mal große Fresse hat und so. Ist ein sehr wandelbarer Schauspieler. Ja, er war auch großartig in der zweiten Staffel Fargo. Da war er auch ganz toll. Top. Also die Schauspieler sind schon mal nicht der Grund, warum wir jetzt hier vielleicht noch nicht so ganz begeistert sind. Optik war ja auch okay. Die Handlung, würde ich sagen, ist vielleicht das, wo man noch die ein oder andere Frage stellen kann. Ja, die Handlung, das ist so ein Film, der kümmert sich nicht darum, ob die Handlung irgendwie jetzt wirklich cool ist, sag ich mal. Oder ob das irgendwie, dass man denkt, oh, das ist aber clever. Der mixt halt einfach die Genres und ist sich, wie gesagt, vollkommen im Klaren dabei, dass das alles nicht unbedingt zusammenpasst. Besonders bezeichnend dafür ist der Showdown. Ich werde jetzt nicht spoilern, wie es ausgeht. Aber der Showdown ist halt, der ist so klein und so unspektakulär, dass ich mich echt gewundert habe. Und ich muss gestehen, irgendwie fand ich das cool. Ja, wobei gerade im Showdown spätestens ja klar wird. Und das, wie gesagt, haben wir ja eigentlich an der Stelle schon gesagt. Also es gibt für mich auch eine gewisse Verständnisproblematik. Vielleicht kannst du es mir ja erläutern. Es geht jetzt scheinbar in irgendeiner Form um Zeitreisen. Irgendwer reist hier aus irgendwelchen Gründen in der Zeit hin und her. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, also wie das funktioniert und warum. Also mir ist schon klar, warum die das machen. Das wird ja erklärt und warum man dann auch zu verschiedenen Zeitpunkten eventuell reisen muss und da verschiedene Sachen zu erledigen hat. Und was für Konsequenzen man dann eben auch da quasi rechnet. Aber ich finde, man hätte das alles deutlich weniger blutig lösen können. Das wirkt für mich so ein bisschen konstruiert, dass es jetzt so viele Leute zu so vielen Zeitpunkten sein mussten. Wir sehen auch im Trailer zum Beispiel, wer da stirbt. Ja, da stirbt gerade zu Beginn eine Busfahrerin, ein Typ am Klavier und ein Typ, der gerade irgendwie einen Bürger macht. Und also offensichtlich mussten die sterben, weil das irgendwelche langfristigen Konsequenzen hat. Und ganz im Ernst, das glaube ich nicht. Ich glaube einfach nicht, dass es eine Busfahrerin war, die noch irgendwie ganz tief drin steckt. Glaube ich nicht. Und das ist mir völlig unklar. Und mir ist generell diese ganze Zeitreisefrage nicht genug geklärt. Okay, die reisen in der Zeit, aber wie das jetzt funktioniert und so, das ist mir nicht geklärt. Es ist an anderer Stelle erklärt, dass man wohl scheinbar durch die Zeit in irgendeiner Form, also die Morde passieren auf eine besondere Art und Weise. Und das ist offensichtlich auch ein bisschen durch die Zeit gesteuert. Das hat man erklärt, aber die eigentliche Zeitreise, die ist mir nicht erklärt. Oder habe ich da was übersehen? Naja, es gab diesen einen Wissenschaftler, der dann irgendwie erzählte, dass alle neun Jahre der Mond in der und der Konstellation zu dem und dem Stern steht. Und deswegen ist es möglich, irgendwas zu machen mit Wurmloch oder irgendwie sowas. Das war halt so dieses typische Wissenschafts-Blabla, was solche Filme halt immer haben. So diese typische Exposition, die mir da meistens immer egal ist, weil ich sie eh nicht verstehe. Das gab es schon. Also doch, also für meinen Geschmack hat der Film eigentlich das alles soweit erklärt. Ob das jetzt logisch ist, steht auf einem anderen Blatt Papier. Aber ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass der mir irgendwas Wichtiges vorenthält. Dann habe ich es wahrscheinlich einfach nicht verstanden. Ach nein, nein. Vielleicht bin ich auf einmal nur zu doof und gebe mich mit allem zufrieden. So nach dem Motto, dies ist eine Brezel. Sie ermöglicht Zeitreisen. Okay, glaube ich dir. Ja, wahrscheinlich. War das nicht bei Deadpool 2 auch so, dass es irgend so ein Gerät gab, mit dem man in der Zeit reisen konnte und man konnte es nur einmal benutzen? Und warum und wie es funktioniert, ist völlig egal. Es funktioniert halt. Und dann am Ende hat er es natürlich rechtzeitig für genau den richtigen Moment benutzt und lässt es halt reparieren, damit er es nochmal benutzen kann. Also manchmal muss man Sachen einfach, glaube ich, schlucken. Und ich will da vielleicht, glaube ich, auch jetzt gar nicht zu viel vorwegnehmen, denn so ein paar Sachen kann man in dem Film ja auch noch irgendwie selbst entdecken wollen. Mega gut. Haben wir denn noch Punkte, die wir besprechen sollten? Ich möchte noch sagen, dass eine der Nebendarstellerinnen hat den Namen Cleopatra Coleman. Das ist mal ein toller Name. Das würde ich noch lustwerden. Sie war die Schauspielerin oder ist das eine Rolle? Sie hatte eine Rolle. Sie war die Gattentäterin. Ah ja, da sehe ich es gerade, genau. Die Raya oder Ria. Ria oder so ähnlich, ja. Alles klar. Haken dran. Sehr schön. Ist ein Film, der mir per se jetzt nicht, den fand ich jetzt nicht kacke oder so, ich finde, er ist bei Netflix definitiv richtig aufgehoben. Das wäre jetzt nichts, was ich mir hätte unbedingt im Kino angucken müssen. Da gab es andere Filme, die es irgendwie dann nur Direct-to-DVD beziehungsweise direkt zu Netflix geschafft haben. Ich möchte den Film jedem empfehlen, der Bock auf ein bisschen nette Action hat, auf einen okayen bis guten Action-Thriller mit guten Schauspielern und der eben auch vielleicht ein bisschen was mit Science-Fiction anfangen kann. Wobei man schon sagen muss, dass der Science-Fiction-Anteil eher gering ist. Ja, ja. Das stimmt. Völlig richtig. Okay. Also klar. Insofern ist halt das Zeitreise-Ding vielleicht eher ein Punkt, das man vielleicht formulieren sollte, als den eigentlichen großen Sci-Fi-Kram. Nun gut. Ja, was gibt man da an Punkten? Also ich fand ihn ja jetzt nicht kacke, aber alles andere als bemerkenswert. Also eben, weil ich generell Bonuspunkte gebe, wenn ich irgendwelche Sci-Fi-Aspekte finde, gebe ich natürlich drei von fünf Punkten und übergebe dir das Wort. Also ich fand den auch nicht perfekt. Ich mochte, dass der teilweise sehr unpoliert wirkte von seiner Geschichte. Gerade in so Zeiten, wo so gerade Science-Fiction-Filme immer so, ja, so kopuliert daherkommt, fand ich das ganz, ganz nett. War ein sehr, sehr, sehr stimmungsvoller, gut umgesetzter Thriller, der jetzt aber auch keine Bäume ausreißt. Also ich kann Leute verstehen, die damit absolut nichts anfangen können, weil der ist halt schon sehr selbstsicher, was seine Prämisse angeht. Und die Prämisse ist, wenn wir ganz ehrlich sein, ist sie halt schwachsinnig. Aber ich hatte mit dem Film zwei Stunden eine relativ gute Zeit. Ich gebe 3,5 Punkte. Ja, geil. Das machen wir mal. Ich wünsche euch ganz viel Spaß auf Netflix und bedanke mich vielmals bei dir, Stu, dass wir beide heute mal ein bisschen drüber quatschen konnten. Und vor allem auch, dass du mir den Film ja letztlich irgendwie auch nahegelegt hast. Ja, ich habe gesagt, guck mal, da gibt es einen Netflix-Film. Ja, mach ich gerne. Ja, nice. Lass krachen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, bis dann. Ciao. Ciao. Ja. Ja. Und zwar, also wir sind nicht nach Russland gereist, aber fast, weil wir durch eine Verdrehung der Veranstalter, also die haben die Tage verdreht, wann es Untertitel gibt und wann nicht. Deswegen waren wir da irgendwie am falschen Tag hingeladen worden und saßen dann, waren sehr gespannt, sind wir da ins Kino und haben den Film dann russisch original ohne Untertitel geguckt. Zum Glück ist er phasenweise auf Deutsch, also da sprechen die Schauspieler ein, was für russische Ohren jetzt nicht so falsch klingt, Deutsch und ein bisschen Englisch gab es auch, aber so insgesamt zwei Minuten des Films oder so. Und dann war Schluss mit lustig. Aber um uns rum, die Leute hatten Spaß, glaube ich. Ja genau, weil was man noch dazu sagen kann, also es war eine riesen Filmpremiere, da war, also ich habe noch nie so ein volles Kino gesehen, da saßen ja links und rechts auf den Treppen sogar noch Leute rum. Ja, genau. Und der Grund dafür war, dass der große Star des Films Alexander Petrov, ähm, Die haben sich ja alle kennt. Genau, ihr kennt ihn wahrscheinlich, also ich kannte ihn vorher nicht, aber wo wir dann da angekommen sind, ist uns schnell klar geworden, dass das schon ein großer Star ist. Also er ist 30 Jahre alt, Katze, bist du still da hinten? Ja, zurück zu Alexander Petrov. Also er wurde 2017 auch zum populärsten russischen Schauspieler gewählt und es standen gefühlt 50 kreischende, fotografierende Russen, russisch sprechende Münchner irgendwie in diesem Filmsaal-Foyer und haben dann Selfies mit dem gemacht und so, wie wild, also das war krass. Und der hat danach auch noch so ein Q&A gemacht und da ging es auch ab wie Sau. Also der hat einen sehr, sehr großen Charisma, einen riesen Charme, Bolzen und hat das ganze Publikum unterhalten dann noch. Ja, stimmt. Am Schluss gab es dann noch ein Interview. Das ist noch, naja, da haben wir winzige Ausschnitte angefügt, weil es, glaube ich, von der Tonqualität jetzt nicht so gut gewesen wäre und halt auch russisch war. Ähm, genau. Also der macht aber auch noch so eine Comedy-Show, hat dann noch ein Journalist erzählt. Also wir erzählen ganz kurz unsere Eindrücke vom Film, die sich natürlich sehr beschränken, weil wir waren ja quasi im tiefsten Ausland. Und genau, dann kommt ein Interview mit einem Journalisten am Russischen, der extra in München war zur Premiere und der hat netterweise dann was erzählt, auch so allgemein über das Film-Genre oder so in Russland oder das Film-Genre. Und dann... Bevor wir den Film geschaut haben, wurde ich dann nämlich noch spontan gefragt, ob ich ein Interview machen kann. Denn bevor wir in den Kinosaal rein durften, kam dann die Vorführerin doch noch vorbei, hat gefragt, ob wir nicht ein kurzes Interview machen wollen. Das Tolle war nur, dass ich dachte, Q&A nach dem Film darf man höchstens eine Frage stellen wahrscheinlich. Deswegen war ich auch ein bisschen überrascht und unvorbereitet. Und ich hoffe, das merkt man nicht. Aber die große Ehre, den großen Star Alexander Petrov dann noch vor dem Film zu interviewen. Und das hört ihr jetzt. Viel Spaß. Ja, hallo, vom Tele-Stammtisch. Das brauchst du jetzt nicht übersetzen, glaube ich. Ich hätte eine Frage, und zwar die Co-Stars in dem Film hier, Wladimir und Svetlana, die Nachnamen kenne ich jetzt nicht, die haben ja schon beide in großen Hollywood-Produktionen mitgespielt. Und ich wollte fragen, ob das auch das Ziel oder sehr strebenswert ist für den Herrn Petrov. Herr Petrov hat eigentlich schon in dem Film von Luc Besson gespielt, Anna, was vor kurzem vorgestellt wurde. Also eigentlich ist er schon in derselben Linie. Also man kann da keine Differenz stellen. Also das sind alle Schauspieler, die in Hollywood. Ah, okay, stimmt. Das Ende. Ja, genau, genau. Ich hätte noch eine Frage, und zwar, ich habe jetzt noch nicht so viele russische Filme gesehen, nur in letzter Zeit Leto und ACID. Neue, also junge russische Filme. Und ich wollte fragen, ist es eine gute Zeit oder hat das russische Kino gerade eine gute Jugendkultur oder eine gute Förderung? Und sind junge Schauspieler und junge Regisseure in Russland gerade, haben die eine gute Zeit, sozusagen? Es ist eine gute Zeit für die? Ja, selbstverständlich, weil der рынок rastet, rastut Zbore und russische Regisseure ездят все больше und больше in den международnischen Kinofestivalen und получают там нагrады. Und daj Бог, das wird продолжаться, развиваться. Also eigentlich ist es schon eine gute Zeit, weil viele russische Regisseure nehmen in verschiedenen Festivalenthal. Also man kann schon sagen, dass da wirklich einen Fortschritt gibt. Und in der Zukunft werden bestimmt noch mehr und mehr russische Filme in Europa und in anderen Ländern, also weit gezeigt. Wir hätten eine Frage eben wegen Europa auch. Was ist denn in Russland der, wie sagt man, der Ruf des deutschen Kinos? Wie ist denn so das Ansehen oder wie nimmt man in Russland das deutsche Kino wahr? Ja, natürlich kann man nicht die deutschen Filme mit den französischen zum Beispiel vergleichen. Aber es gibt zum Beispiel der Berliner Festival, der sehr berühmt ist und gibt sehr viele Möglichkeiten, auch für verschiedene Regisseure. Also man kann schon sagen, dass deutsche Filme genauso gut wie alle anderen europäischen Filme sind. Also zum Beispiel, Herr Petrov hat auch im Film T34 mit Vince Käfer zusammengespielt. Und, wie kann man die E-Mail schon sagen? Vincent Käfer. Vincent Käfer. Also der hat auch in verschiedenen Projekten in Amerika und in verschiedenen europäischen Projekten teilgenommen. Und die Russen kennen auch schon deutsche Schauspieler. Zum Beispiel Til Schweiger ist auch sehr berühmt. Das ist auch ein großer Name. Also man kann schon sagen, dass in Russland deutsche Schauspieler, ja, schon einigermaßen bekannt sind. Vielleicht eine Abschlussfrage, weil ich jetzt eben so zwei russische Filme letztens erst gesehen habe, die ziemlich cool waren und jetzt der nächste. Und weil ich jetzt da ein bisschen tiefer einsteigen wollte, vielleicht noch ein paar Tipps, was man sich, wenn man das russische Kino kennenlernen will, welche Filme und welche Regisseure man da ganz besonders mal anschauen sollte. Also den Namen haben Sie schon gehört? Einen habe ich auch gekannt. Kirill Serbrennikov hat der Leto gewonnen. Ich dachte jetzt eher heutzutage, also was für Neues. Serbrennikov, Zweiginzow, Kanne, Berlin, Klinische, Klinische. Also diese Regisseuren haben schon viele Preise in Cannes und Berlin gewonnen. Und natürlich die kennt man schon auch wegen europäischen Festivals und auch wegen dem Berlin-Festival zum Beispiel. Also es gibt zum Beispiel Gluchowski, der auch Metro 2030 geschrieben hat und auch Text, also die Bücher geschrieben hat, die eigentlich weltweit bekannt sind. Also zum Beispiel Filmtext, also dieses Buch, was ich gerade, ich habe Ihnen gerade erzählt, ich bin ein Schriftsteller, der dieses Buch geschrieben hat. Also Filmtext war in der selben Linie mit dem Filmbilder, der tatsächlich nach... Kann, wie du meinst, kann? Kann, ja. Der war in Cannes und da hat Text, Textfilm, also dieser Wettkampf verloren. Aber man kann mit diesem Film nach Berlin, zu dem Berliner Festival gehen, weil, seiner Meinung nach, passt dieser Film sehr gut zu dem Konzept von dem Berliner Festival und kann da wirklich gute Möglichkeiten haben, vor allem, dass der nicht so politisch angestellt ist, also nicht so politisch geprägt ist. Ja. Ja, check ich mal aus. Ich glaube, das war's, oder? Ja. Ja, wir müssen mal rein... Also, falls es war's, dann sehen wir uns mal in Berlin. Ja, gerne. Ja, dann wünsche ich schon mal einen großen Erfolg mit dem neuen Film und weiterhin. Ich hoffe, Sie haben alle Antworten auf Ihre Fragen. Ich habe nicht alles verstanden, weil es hier so laut ist, aber ich werde es mir anhören zu Hause. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Dankeschön. Dankeschön. Ja, so und zwei Stunden später kamen wir dann also ein bisschen überrascht aus dem Film raus, weil wir nicht so viel verstanden haben und dann noch eine halbe Stunde Q&A haben wir uns gegeben auf Russisch, was aber sehr unterhaltsam war, anscheinend, viel gelacht und viel geklatscht wurde, aber Eva, wie fandest du jetzt eigentlich den eigentlichen Film? Also, erstmal fände ich es sehr nett, wenn du den Zuhörern manchen vielleicht noch erklärst, was Q&A ist, weil ich wusste das am Anfang auch nicht so selbstverständlich. Achso, ich glaube, das ist die Abkürzung für Questions and Answers oder so, also halt einfach eine Fragerunde am Schluss mit dem Schauspieler, der vor der Kinoleinwand steht und sich Fragen aus dem Publikum stellt. Ja, also wie ich den Film fand, also ein typischer Actionfilm, wohl aber auch mit Witz irgendwie, weil um uns herum wurde, wie gesagt, viel gelacht und ziemlich interessant auch mal wirklich so ein, ja, wie es halt in einer anderen Kultur so Filme aufgezogen, also so Actionfilme aufgezogen werden, also so ein paar feine Unterschiede, fand ich, gab es schon und ja, also einfach sehr, also irgendwie poetischer als sonst, so ein bisschen fand ich und ich fand es ein bisschen theatermäßig, also so Action, aber so nehme ich Actionfilme meistens wahr, dass es halt so ein bisschen wie so ein Werbesketch ist, also für irgendwelche Zigaretten oder so, das fand ich hier auch sehr plakativ. Die Handlung, ja, also es gab Verfolgungsjagden und es gab irgendwie eine Vater-und-Sohn-Geschichte, eine Liebesgeschichte, dann ist die Frau plötzlich schwanger und dann, wie sie dann zueinander finden oder auch nicht und wer stirbt, will ich jetzt nicht verraten, aber es ist nichts krass Überraschendes, aber es gibt innerhalb des Films, gibt es einen, wie sagt man, einen Dreher, also da ein Twist, ein Überraschendes, genau. So viel haben wir auch auf Russisch mitbekommen. Ja, ich glaube mehrere sogar, weil ich habe mir auch zuerst gedacht, wenn das jetzt ein richtiger klassischer Actionfilm ist, also weil Die Hard zum Beispiel würde ich auf Russisch auch verstehen, aber hier hatte man halt eben, wie gesagt, Twists und dann taucht der Vater auf, man weiß nicht, ob man irgendwie nicht doch ein Doppelagent ist und lauter so Dinge, also es war halt schon so eine Richtung Mission Impossible eher, also so mit Agenten, Thriller und Twists und eben Doppelagenten und hier und da und das hat uns dann ein Kollege, ein russischer Filmjournalist auch später nochmal ein bisschen erklärt und der meinte auch, dass es durchaus auf Russisch als Russe auch halt ein bisschen Haken geschlagen hat, die Handlung. Aber ja und zum Film selber noch, was mir aufgefallen ist und dir ja auch, der war halt sehr laut und sehr krachig. Die Musik war auch sehr präsent, also mehr als sonst hatte ich das Gefühl oder vielleicht haben wir auch nur mehr auf die Musik geachtet, weil wir es sonst nicht verstanden haben, aber genau. Ja, also da gibt es dann auch eine, weil irgendwie am Anfang spielt es glaube ich in Deutschland, in Köln auf jeden Fall mal und da gibt es auch so eine Schießerei auf einem Markt und die wurde dann auch noch mit Dubstep unterlegt, wo man echt zwischen den Gewehrgeballere und der Musik teilweise nicht unterscheiden konnte und die Kamera ist immer so schräg gehalten und das war alles sehr modern und das sah auf jeden Fall, kann man auch noch sagen, jetzt sind keinsterweise billig aus oder so, das war schon hochwertig alles, also hätte auch eine Hollywood-Produktion sein können und ja. Ja, war halt echt so dieser Spaß, dieser Spaß am Schießen und ja, endlich sind, wir haben es hingearbeitet zu der Szene, wo man schießen darf und es Ballabum-Bum-Bum gibt und so. Das finde ich ja, mei, egal. Also das finde ich in diesem Genre immer so ein bisschen belustigend, aber genau, das war dann auch sehr zelebriert. Sollen wir jetzt mal zum, jetzt kommen wir zum. Ich wollte noch auf die Action eingehen, weil es ist ja ein Actionfilm und der Film ist zwar ab 16, er ist aber weder großbrutal noch irgendwie, irgendwie macht jetzt wie Mission Impossible halt irgendwelche krassen Stunts auf oder irgendwie irgendwelche Sets, die du noch nie gesehen hast. Es gab nur eine witzige Action-Szene, wo sie am Schluss auf so einer Insel sind und da kommen dann so die Securities auf solchen, ich weiß nicht, wie man sie genau nennt, aber ihr wisst bestimmt, was ich meine mit diesen Wasser-Jetskis, wo man so draufsteht und unten kommt Wasser raus und dann fliegt man da so übers Meer halt irgendwie und da kommen dann die Guards mit Maschinengewehren und Raketenwerfern auf diesen Wasser-Jetskis angefahren und liefern sich dann eine Verfolgungsjagd und Schießerei. Das war ziemlich kreativ und witzig eigentlich. Aber sonst war jetzt nicht viel Atemberaubendes da drin. Wie du es schon gesagt hast, war glaube ich ganz lustig, es wurde viel gelacht und ich fand die Schauspiele alle relativ charismatisch. Ja, also ich habe dazu jetzt nichts mehr zu sagen. Ja okay, dann lassen wir es und übergeben das Wort an unseren russischen Kollegen Pavel, der nämlich extra aus Moskau angereist ist für diese Filmpremiere und mit dem haben wir noch ein bisschen gequatscht, dass sie ernsthaft ein bisschen in die Arme greift. Genau. Viel Spaß. Wir sind hier nach der Premiere von The Hero, der russischen Film, und es war in Russland, ohne Subtiteln, aber ich habe jemanden hier, der alles entstanden hat und kann uns erzählen, was es war und wie wir es gefühlt haben. Wie bist du? Das ist ein wirklich kompliziertes Film, wenn du alles verstehst, was sie sagen. Es gibt wirklich viele Veränderungen und viele Heros, die du nicht verstehst. Sie sind gut oder schlecht? Sie sind jetzt noch schlecht oder vielleicht gut? Ja. Ja. Und all diese Sachen. Well, für mich, ich denke, es ist ein bisschen wie ein Faction-Movies von den 90ern. Und wenn ich 13 war, dann wäre ich wirklich absolut glücklich mit dem, was passiert hier. Und jetzt, für mich, ich habe noch nichts Neues, nichts spezielles Original. Aber ich denke, es ist ein starkes Action-Movies für die Fans des Genres. Und ich denke, es gibt viele gute Akteuren. Erstens, Alexander Petrov, Svetlana Hodchenko und Wladimir Moschkow, die sind einer der größten, vielleicht so, contemporäne russischen Akteure. Er gewonnen hat mehrere Akteure, wie die Nika und andere Sachen. Ja, und er ist der Mann, der in Hollywood-Movies hat. Sie sind alle frei. Mission Impossible. Er hat Mission Impossible. Ich verstehe das nicht wirklich. Er hat in einem Spie-Movie, ja. Er hat mich auch an Mission Impossible. Ja, ja. Mit all diesen Twists und so. Ja, sie sind alle mixtures von solchen Filmen. Und Svetlana Hodchenko, sie hat auch in ein paar Kulturen gewonnen. Ja, es ist interessant, dass die Akteure, die jetzt in der Russischen Akteure geworden sind. Wir haben viele Akteure, aber sie sind alle für unseren Nationalmarkt. Es ist immer so ein Punkt. Also, wir sind immer stolz, dass unsere Akteure, die zu gehen. Und wir nehmen immer unsere Finger für sie. Aber wir sind auch sehr... Wie soll ich sagen? Wir wollen sie auch noch stärker sein, um zu zeigen, dass sie besser zeigen, was sie hier zeigen. Ich bin nicht perfekt in meinem Englisch, ich bin sorry. Aber wir wollen sie zeigen, dass sie in diesen Räumen die besten, was sie können. Und sie spielen meistens nicht typische Räume. In den Foreignen Räumen. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Es ist mit den Deutschen das gleiche Problem. Vielleicht, vielleicht. Ja, ja. Und diese Film ist auch voll von Stereotypen. Sie spielen auch die gleichen Rolle, wie immer. Good guy, bad guy und all diese Sachen. Ich wünsche, dass die foreigners einen guten Film sehen, in denen die Akteure erfüllen ihre Möglichkeiten und zeigen alles, weil wir eine sehr starkere Akteure in Russland und wir haben sehr starker Akteure heute. Und, unfortunately, nicht so viele Leute kennen sie. Ja, wir sahen zwei russische Filme für den Tele-Stammtisch, also für unser Podcast, und reviewed sie. Ich glaube, ich habe das schon gesagt. Acid. Acid, yes. Ja, wir haben das schon gesprochen. Ja. 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 Danke für Ihre Meinung. Ja. 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 Ja, nein. Ja, mein Fö passt. Ja, ich glaube, dass die justen Sachen nicht zwrermeивают. Ich habe mit ihm gesprochen, und er hat mir gesagt, dass er sich mit einem großen Russischen Direktoren wollte. Wie Alexander Sakurov, oder so. Großartige Leute aus der alten Russischen Direktoren, die großartige Gedanken haben und viele Philosophie. Das ist ein einfaches Genre, ein einfaches Spiel für ihn. Ich hoffe, dass wir ihn in mehr komplizierten Filmen sehen. Also, dass er sich nicht in einen 1-Dimensionalen Film befindet. Es ist interessant, dass er seine eigene Theatrical Show in Russland hat. Er lebt seine eigenen Poemen. Er lebt seine Poemen und er lebt sie. Das ist eine starkere Leistung. Er ist alleine für zwei Stunden auf der Stelle und er lebt seine Poemen. Er spricht, er spricht mit den Publiken. Das ist, was wir jetzt sehen, er ist sehr gut an sprechen. Ja, ja, ja. Er ist nicht schade. Er spricht viel. Er spricht viel. Ich habe auch gedacht. Es gibt einige Akteure, die sehr quiet sind. Ja, und für mich war es noch mehr interessant, zu sehen nach ihm, nach dem Film. Ich dachte, er war ein bisschen selbst in der Film. Er war ein cooler Typ. Er war das gleiche Typ hier, in front of the screen, als er in der Film war. Er war auch ein bisschen schade. Er war immer mit seinen Händen in seinen Pocken. Er war ein cooler Typ. Ja, das ist seine Image. Er ist so ein cooler Typ. Er ist zu cool, er hat seine Hände aus dem Film. Er ist überall. Er hat diese Image in allen Film. Ich dachte, er ist wie der russische Aaron Paul. Er kennt ihr Aaron Paul? Der Mann aus Breaking Bad und so weiter. Ja. Er erinnert mich an ihn. Vielleicht, aber dieser Mann ist smarter, ich denke. Er ist besser als Aaron Paul. Ja, du bist richtig. Das ist vielleicht seine Vorteile, aber auch seine Vorteile, weil er so schöne Leute spielt. Und die actress? Die Frauen? Ist sie sehr bekannt? Sie ist auch sehr bekannt. Sie ist sehr bekannt. Sie hat mehr andere Rolle. Sie ist nicht so stark in einer sexy Frau. Sie hat schon mit großen Russischen Direktoren. Vielleicht sind sie nicht sehr gut in anderen Ländern, aber sie sind gut in Russland. wie Stanislav Govorukhin. Es ist ein großer Name da. Nicht alle lieben ihn. Aber er ist ein großer... Also in Russland, es ist auch sehr, wie überall. Es ist eine große Unterschiede zwischen commercialem Film und Office Film. Und wenn die Leute spielen in commercialen Film, sie können nicht alles zeigen, was sie können. Deshalb ist es sehr wichtig, für sie zu spielen im Theater, zu spielen, mit großen Offen. Und das ist sehr wichtig. Ich versuche, zu spätigen, einen anderen typischen Film, mit amerikanischen Art und russischen Film. Vielleicht sehe ich die Unterschiede. Ich wünsche, dass ich es mehr als... wie ich sage, wenn es eine mixture von Genre und Office Film ist. Es gibt ein Wort, das ich schon vergessen habe. Es ist nicht Pop, es ist nicht zu stark, zu experimentieren, aber es ist eine Art Mainstream. Ja. Art Mainstream. Art Mainstream. Es ist auch ein Art Movie, wie Woody Allen. Er kann einen einfachen Film machen, aber es sind smarte Film, die man nicht nur sehen kann, sondern nur denken. Ich wünsche, dass es mehr Film von diesem Kind gibt. In Russland in generell? Ja. Natürlich auch in der Welt. Aber in Russland haben wir eine große Unterschiede. Wir haben gute Filme, die niemand sieht. Und wir haben плохige Filme, die überall sind. Aber in Deutschland oder in anderen Ländern gibt es keine große Unterschiede? Ich denke, unsere Industrie ist zu klein. In anderen Ländern ich denke, es gibt eine große Unterschiede. Beside, wir haben ein sehr spezifisches russisches Problem, weil wir hatten eine 90-jährige Gap, wenn alles schlecht war. Und es gab keine Filme in der Zeit. Es gab keine Ahnung. Es gab keine Filme die in die Theater sind jungen. Und es gibt alle Leute, die in die Theater sind jungen. Es gab keine Filme. Vielleicht ist es der mitteligen an der Wichtigste, die oft zu die Theater sind. Die Menschen, die in die Theater sind oder 35-40, sind gar nicht in die Theater. Und das ist weshalb man sie nicht auf die Folie so all the movies are made all for these guys who go for popcorn movie or it is experimental so experimental movies for festivals for online distribution so when little money and when you have more money and more possibilities to produce a big so like you know for example movie like birdman could never appear in russia because which one uh birdman 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 or the birdman yes that's a good art mainstream i love this film it is you can watch it easily and it's full of interesting things inside it but it's a big movie of big offer and it is how did how did batman get better batman also yeah but by normal yeah yeah then uh thank you thank you you have to tell us who you are so my name is pavel gaikov i'm a journalist i write about movies for different websites and so on and live here in munich or no 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 i'm from moscow russia okay so you traveled here for this yeah i just came here for premiere to see the people here to talk to them so what i'm doing now okay cool um for what do you uh this is yeah this is just captain tv people who brought me here and uh so i came with them and they're the distributors of the movie yeah cool then we have international star journalists here on show thank you for your time and your opinion you're the first guy to tell them thank you bye 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 spasiba i learned that today ja und so viel zu unserem russland special würde ich sagen die bewertung sparen wir uns glaube ich eher dieses mal ich würde mal zu drei von fünf punkten tendieren weil ich glaube das ist ein solider actionfilm der auch den humor dabei gehabt hätte wenn man ihn verstanden hätte aber es war jetzt kein noch nie dagewesenes actionfeuerwerk aber ein solider agenten action thriller deswegen von mir sagen wir mal drei von fünf habe ich doch gemacht ja ich enthalte mich diesmal okay dann bis zum nächsten mal vielleicht sprecht ihr russisch dann hoffe ich ihr habt spaß gehabt und bis zum nächsten mal ja und wenn ihr den film sehen wollt dann müsst ihr euch wahrscheinlich ein bisschen anstrengen um ihn im kino noch zu sehen weil der hat es keinen riesen kino statt glaube ich und er läuft auch nur im original wenn man dann glück hat auch mit untertiteln aber uns würde sehr interessieren ob ihr den film seht sagt bescheid bis zum nächsten mal ciao ab fast vergessen hier kommt noch ein ausschnitt aus dem q&a am schluss dass ihr euch die stimmung ein bisschen vorstellen könnt viel spaß bäckchen für euch da ist bäckige bäckige märgs Das war's für heute. Das war's für heute. Es gibt immer sehr viele Sachen, wenn man mit 14.00 Uhr macht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Warum war die Liebe so eine kurze? Das ist eine große Herausforderung, die ich nicht entdeckte, wie in Deutschland überhaupt nicht existiert. Aber in Russland gibt es eine große Herausforderung. ... in Deutschland, das ist ja so, dass es eine ... ... aber in der Texte wir uns den Drogen zurückgeben ... Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen Beklang. Vielen Dank. Vielen Dank.